Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Dienstag, dem 5. September. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ja, nicht Martin heute aus der Schweiz, sondern Jan aus Österreich. Der lieben Martin hat einen kleinen gesundheitlichen Rückschlag, sage ich mal. Es ist nicht großartig dramatisch. Er wird versuchen, in Bälde wieder für euch da zu sein. Heute übernehme ich mal ganz spontan nicht die Folge, damit ihr nicht quasi einen Tag aussetzen müsst und trotzdem auf die neuesten Technikthemen quasi vorbereitet seid. Ich habe heute neun Themen für euch vorbereitet. Das ist leider ein bisschen nach IFA-Zeit, das ist ein bisschen kurz flaute. Trotz allem, ich spreche heute über Überwachung, Dropbox, Smile2Pay, Sharp, Netflix, HMD, Windows 10, CarConnect und Siri. Beginnen mit einer lokalen News mehr oder minder, nämlich dem österreichischen Überwachungspaket. Eine Entwicklung, die es in vielen Ländern gibt, im Endeffekt sollte Überwachung weitgehend ausweitet werden beziehungsweise eigentlich Privatsphäre mehr oder minder ausgesetzt. Da gibt es gute Nachrichten für Österreich auf jeden Fall, aber vielleicht auch für andere Teile oder andere Länder. Dieses Paket wird vorerst zwei Mal nicht kommen. Einerseits A, größter Grund ist, dass man mal auf Gegenwehr gestoßen ist, auch rechtlicher Natur. Andererseits B, aber auch, dass wir am 15. Oktober wählen und sich das vor den vorgezogenen Neuwahlen nicht ausgehen wird. Je nachdem, wie es nachher ausgeht quasi oder was bei der Wahl rauskommt, wird man wahrscheinlich wieder versuchen, das Projekt irgendwie durchzuboxen. Aber der Vorteil ist, bis dahin am Lobbyisten natürlich die Chance, bei der Bevölkerung entsprechend zu arbeiten und der CCC wird hier hoffentlich seinen Teil tun. Netzpolitik.org tut das auch. Und ja, vielleicht haben es die dann wieder ein bisschen schwerer, damit irgendwie quasi mehr oder minder Privatsphäre auszusetzen. Kurze News zum Thema Dropbox. Für alle, die sich gestern gewundert haben, am Nachmittag hat Dropbox relativ starke Ausfälle zu verzeichnen gehabt. So gegen 16 Uhr ging es los. Ich war auch betroffen. Auch gegen Abend hin war immer wieder irgendwie leichtes Aufmucken, zumindest zu merken, auch zum Zeitpunkt der Aufnahmespiele in der Nacht. War immer noch nicht alles gegessen. Dropbox ist draufgekommen. Es ist ein weltweites Problem. Our engineering team is working to identify the root cause and implement a solution as quickly as possible. Gab die Firma bekannt, also auf gut Deutsch. Man arbeitet daran, das grundlegende Problem zu finden und das möglichst schnell zu fixen. Offensichtlich war das nur leider nicht ganz möglich. Ein kleiner Ausbruch in Richtung Zukunft. Und da kommt China jetzt ins Spiel. Dort ist es möglich, mit seinem Lächeln zu bezahlen. Im Endeffekt heißt die Funktion Smile2Pay und setzt quasi auf Gesichtserkennung. Das hat Alibaba bzw. Alipay gebracht. Und bei einigen Restaurants der Fastfood-Kette KFC ist es tatsächlich möglich, mit Smile2Pay zu bezahlen. Grundsätzlich klingt es ein bisschen futuristisch und ein bisschen, tja, nach einem Scheme, das man vielleicht nicht machen will. Auf der anderen Seite, nächste Woche der Apple Keynote könnte durchaus sein, dass da das Thema Gesichtserkennung sehr stark kommt und vielleicht damit auch der Einsatz mit Apple Pay, wenn es keinen Fingerprintabdruck mehr gibt. Von daher, tja, vielleicht haben wir dann bald Smile2Pay in dem iPhone. Von daher, mal schauen, was tatsächlich passiert. Wir kommen zu Sharp. Und die haben auf der IFA noch bekannt gegeben, dass sie nächstes Jahr neue Smartphones präsentieren wollen und die dann auch in Europa verkauft werden sollen. Da gab es so ein paar nette Werbebilder, auch so ziemlich randlose Geräte, zumindestens, was drei Seiten die Rente betrifft. Nach unten hin hat man noch ein bisschen einen. Wirkliche Details gibt es aber nicht. Die möchte man dann am 26.02. nächsten Jahres bekannt geben. Da ist dann die MVC in Barcelona und dort möchte man dann neue Geräte zeigen. Ob die Welt jetzt tatsächlich noch einen Smartphone-Hersteller braucht, wo sich die anderen ischnellisch wert und eigentlich nur zwei Konzerne wirklich Gewinne brauchen, machen, fraglich. Aber wir werden sehen, mal schauen, was Sharp dann bringen wird und inwiefern sie mit der Konkurrenz mithalten können. Wir bleiben mehr oder minder beim Thema Smartphones, kommen aber zu Netflix. Und dort wurde es bekannt gegeben, dass man HDR und Dolby Vision auf mehrere Geräte ausweiten, beziehungsweise das auch schon hat. Dolby Vision war ja vorher zum Beispiel nur dem LG G6 vorbehalten. Da gibt es jetzt mehr Handys, die unterstützt werden. In Sachen HDR ist es auch wesentlich stärker. Da kommt das LG V30, das Samsung Galaxy Note 8, das Sony Xperia XZ Premium und das XZ1 dazu. Unterm Strich, Hardware ist halt da meistens das große Problem. Man braucht dafür schon auf jeden Fall einen Qualcomm Snapdragon 835, 660 oder 630. Also heißt jetzt eher ein stärkeres Smartphone, um da auch mitspielen zu können. Wir kommen zu HMD. Das ist die Firma, die Nokia aufgekauft hat und die bauen ja mittlerweile Android-Handys. Und da hat man heute bekannt gegeben, dass das Update auf Android 8 für alle momentanen aktuellen Geräte kommen soll, also das Nokia 3, 5, 6 und 8. Gerade das Nokia 3 überrascht ein bisschen und da dachten alle, dass es wahrscheinlich nicht kommen wird. Das setzt nämlich auf einen Prozessor von Mediatek und nicht auf Qualcomm. Trotz allem hat die Firma heute mehr oder minder über Twitter bekannt gegeben, dass man auch daran arbeitet. Wir kommen zu Windows 10 und da gibt es gute Nachrichten. Das Fall-Update kommt am 17. Oktober 2017. Das ist quasi das zweite große kostenlose Update diesen Jahres, das unter anderem Paint entfernen wird. Das aber in so Windows 10 waren, da gab es ja schon ein bisschen Aufsehen. Das Datum war mehr oder minder schon so ein bisschen im Rahmen der IFA geleakt, weil das ist auch das Datum, wo die Firmen Acer, Asus, Dell, HP und Lenovo ihre Mixed-Reality-Hightsets bringen werden. Dementsprechend, ja, da man dafür dieses Fall-Update braucht, war es eigentlich schon fast klar, dass das auch der Zeitpunkt sein wird, wo das kommen wird. Jetzt hat Windows 10 eben auch offiziell bestätigt. Noch eine kleine IFA-Neuvorstellung, diesmal von der Deutschen Telekom. Die haben ein neues Gerät mehr oder minder präsentiert. Das lautet auf dem Namen CarConnect. Das ist im Endeffekt ein kleiner Adapter, den ihr in den ODP-Board eures Auto stecken könnt. Einerseits A sammelt das dann Daten, aber auf der anderen Seite macht das auch einen WLAN-Hotspot quasi. Und mit einer Combi-Card, Combi-Card-Car heißt die dann. Sobald ihr deaktiviert habt, habt ihr quasi 10 GB Datenvolumen, inklusive EU-Roming übrigens sogar. Das Gerät selbst soll 70 Euro kosten. Das Datenvolumen quasi oder der Vertrag sind 10 Euro dazu. Muss sagen, für deutsche Preise finde ich durchaus interessant und günstig. Wäre schon nichts uninteressant. Ich hoffe auf ähnliche Lösungen in Österreich. Das wäre schon ein durchaus spannendes Thema meiner Meinung nach. Ganz kurz zuletzt noch eine kleine Apple-News, eher so eine Personalengeschichte, aber durchaus eine große mehr oder minder. Dort hat nämlich die Verantwortung über Siri gewechselt. Für Siri war bisher IDQ zuständig. Das ist der, der auch für die ganzen iCloud-Dienste und generell die ganzen Services verantwortlich ist. Zum Beispiel auch Apple Music, Apple Pay und Maps. Und jetzt übernimmt Craig Federighi. Das ist der, der für die ganzen Betriebssysteme zuständig ist. Hat man jetzt auch auf der offiziellen Seite von Apple bekannt gegeben, zumindest wenn man sich in das Leadership Board durchklickt. Die Hinweise gibt es schon relativ lange. Bereits auf der letzten WWDC, also nicht heuer, sondern 2016, war Federighi immer wieder für das Thema Siri im Einsatz. Für 2017 war er sogar auf der Bühne mit dem Thema und hat dort vorgestellt, wie Siri in die Betriebssysteme integriert wird. Wahrscheinlich ist es ein sehr schlauer Schritt. Ja, insofern wir hoffen, Siri lernt weiter. In diesem Sinne, das war es für die heutige Folge. Ich hoffe, wie gesagt, morgen ist der Martin schon wieder da. Falls es ihm immer noch nicht gut geht, müsst ihr vielleicht weiterhin mit mir vorlieb nehmen. Ich hoffe, ich war trotzdem eine halbwegs gute Vertretung und wir hören uns auf die eine oder andere Art auf jeden Fall bald wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.